Und damit recht herzlich willkommen zurück hier auf ÖPNV Simulation, ich bin's der Dennis zu einer weiteren Folge TS2021, heute mit dem zweiten Teil vom Szenario Liegenbleiber aus dem Erd und Mitten durch Berlin, ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Moment mal, Moment mal, du willst doch jetzt nicht, wer? Boah, ich hab jetzt gedacht, ne? Nach Wannsee einsteigen bitte. Aber genau am Signal. Zurücksteigen bitte. Aber genau am Signal, ey. Ja, darf ich? Und mach ich einfach selber. Wenn er mir keiner, keine Nachricht gibt, dann fahr ich einfach selber. So, ich hab grün, also ist ja erstmal alles okay. Mal sehen, ob sich das noch ändern wird. Eigentlich müsste der Zug ja Humboldthain stehen, so lange, äh, habe ich ja jetzt nicht gebraucht am Gesundbrunnen, ne? Mal gucken. Ja, doch, der steht noch im Bombeutthain. Oder? Na, das nächste Signal wäre am Bahnhof. Ne, nö, dann ist er am Bahnhof schon vorbei. Okay. Dann darf ich den Bahnhof schon einfahren. Hab's gehört. So, ich geh schon mal wieder ein bisschen Bremsdruck drauf. Ich war jetzt ein bisschen vielgörig. Aber bitte wieder anlegen. Okay, ich bin ein bisschen zu weit gefahren. Macht aber nichts. Passt schon. Klar, wird jetzt nicht mehr aufgehen, aber die Frage ist, du könnten hier noch theoretisch aussteigen. Oh, doch, die Türen gehen noch auf. Dann war doch alles okay. Ne, Türen aufgehen ist alles okay. So. Dann geht's gleich ab in den Tunnel. Also ein bisschen raus habe ich schon. Ich bin jetzt bisher noch nicht wirklich... Na gut, auch einmal, aber... Das vergessen wir einfach mal, aber sonst ging's eigentlich, ne? Oh, oh, ich rolle, ich rolle, ich rolle. Kann ich halten? Hallo, 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 Bremsen, Bremsen. Komisch. Hallo, was ist jetzt? Okay, äh... Dann mach ich das. So, wann darf ich Gas geben? Wenn der Bremsdruck weg ist. So. Bin ja mal gespannt, wann das Szenario endlich beginnt. Hier passiert ja gar nichts. Aber jetzt geht's auf jeden Fall nach Nordbahnhof in den Tunnel rein. So, ich darf aber auch nicht schneller als 50 fahren. Gefühlt komme ich halt auch gerade gar nicht so schnell voran. Jetzt darf ich irgendeine Bremse angelegt wäre. Nö, aber alles okay. Ah, okay, jetzt geht's doch wieder. Muss ich wahrscheinlich eher bremsen. Alles okay da hinten? Nein, eben nicht. Ich gebe ein bisschen Bremsdruck drauf. Okay, ich hab grün. Ah, okay, ich halt auf dem Bahnsteig. So, sehe ich die Bremsdruck nicht so doll? Ah, jetzt wieder. Äh, so. Ah, ich bin jetzt wieder viel zu früh gewesen. Komm, noch mal ein bisschen Gas. So, und jetzt kann ich bremsen. Perfekt. Ja, warum reagiert der ja nicht? Bin doch komplett drauf. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Hallo. Ich kann warum auch immer hier nicht, äh... Hä? Einmal der Panther nach Wannsee für die Aufsicht, bitte. Ich bin zwar die Paula, aber das macht nichts. Ich weiß, wie ne meinst. Du, pass auf. In Oranienburger Straße ist ein Wulf liegen geblieben. Ich mach dich jetzt leer, dann fährst du als Leerzug nach Oranienburg und schiebst den Wulf bis nach Potsdamer Platz. Da ziehst du ihn dann in den Heuboden. Befehl bringe ich dir gleich nach vorne. Was hat der Kollege da schon wieder kaputt gemacht? Aber na gut, bis gleich. Gut, okay, jetzt wissen wir, warum wir nicht machen können. Wegen einer technischen Störung ab, vorausfahrenden Zug, endet dieser Zug hier. Bitte alle aussteigen. Bitte alle aussteigen. Aufsichtfahren vor Signal 193. Wegen einer technischen Störung, endet dieser Zug hier. Bitte alle aussteigen. So, stellen wir mal Krügergeräte aus. So, ich weiß zwar nicht, welches es ist, deswegen stelle ich das Ziel einfach auch auf 0. Äh, nee, nicht 90, 0. Sollte er sich nämlich 90 machen, ne? Ja, war klar. Äh, Ziel 0. Dankeschön. Perfekt. So, hier kommt der Befehl. Hier bitte einmal unterschreiben. Dann geht's gleich los. Jo, wird hier gemacht. Na, dann wollen wir mal gucken, ob wir den Wulf da wegbekommen. Bis später. Ist ja cool. Ey, ist das cool! So, rückbleiben bitte. Leerzug Panzer nach Oranienburger Straße, Türen schließen. Habe ich jetzt doch ein Panzer, oder was? Leerzug Panzer nach Oranienburger Straße abfahren. Wenn ich muss den Bremsdruck ablassen, dann kann ich fahren. Gut. Aber das ist schon cool, oder? Also, ich finde es persönlich richtig cool. So, jetzt müssen wir gucken. Ab Signal 193 müssen wir auf Sicht fahren. Genau, da wird er nämlich sein. Genau, hier, da muss ich auf Sicht fahren, bei dem Orangenen. Das ist aber kein Problem. Geben wir jetzt erstmal nochmal richtig Gas. Und dann schieben wir unseren Kollegen mal nach Potsdamer Platz. Da müssen wir aber auch, glaube ich, vorsichtig fahren. Da dürfen wir ja nicht allzu schnell fahren. Na, Vorsignal für 40. Da muss ich natürlich aufpassen, nicht, dass ich zu schnell in den Zug reinfahre. Ein bisschen Gas kann ich nochmal geben. So, haben wir da vorne schon Sicht auf den Liegenbleiber? Nein. Ich denke mal, der wird im Bahnhof stehen selber. So, dann werden wir jetzt mal kurz schon mal ein bisschen bremsen. Passt. Passt. Und die nächsten Signale müssen wir dann auf Sicht fahren. Also, ich gebe nochmal ein bisschen Gas. Und jetzt bremsen. Okay, ich habe keine Erlaubnis zu überfahren. Ich habe es trotzdem getan. Aber ich darf hier stehen. Sehr gut. So, was sagt er? Ich stehe jetzt ein Trigger sein, damit ich da was machen darf, ne? Der TF vom Wulf für die Paula. Der Wulf hier, ich höre dich. Ich habe hier meine richtige S-Bahn mitgebracht, um dich bis zum Potsdamer Platz zu schieben. Da geht's dann in den Heuboden. Das denn? Wir sind ja der Zug. 20, 37. Ich habe auch schon alles fertig. Von mir aus kannst du kuppeln. Okay, ich wiederhole. Ich kann kuppeln. Richtig. Gut. Wir können kuppeln. Aber natürlich mit wenig Geschwindigkeit. Das ist jetzt sogar schon ein bisschen zu viel, aber ich glaube, wir werden noch langsamer. Okay, jetzt wird Bänner schneller. Okay, ich habe auch schon ein bisschen zu kuppeln. Ich habe auch schon ein bisschen zu kuppeln. Ich habe auch schon ein bisschen zu kuppeln. Ich habe jetzt im Gegenteil gefahren und kuppelt. Hier ist die Aussicht. Habt ihr euren Zug fertig, Jungs? Ja, so. Rangierfahrt in Oranienburger Straße. Kann losgehen. Leer-Zug-Wulf nach Potsdamer Platz abfahren. Geht klar. Das sehe ich allerdings nichts. Das muss man dazu auch sagen. Mal sehen, was mir der Kollege sagen wird. Man sieht jetzt halt gar nichts. Und weiterschieben. Okay. War vielleicht nicht zu schnell. Weiterschieben. Geht klar. Weiterschieben. Ja, ich hab's verstanden. Okay, jetzt bin ich ein bisschen schneller unterwegs, aber macht nichts. Wir meinen jetzt ein bisschen langsamer. Hier in der Rechtskurve, nicht zu langsam werden, sonst kommen wir die Steirung nicht hoch über die U6 gleich. Okay. Weiterschieben. Wie egal, ob ich jetzt zu schnell unterwegs bin. Und weiterschieben. Wie er schon gesagt hat, in der Steirung kommen wir nicht hoch, wenn wir zu langsam sind. Richtung Postzimmerplatz. Weiterschieben. Okay, jetzt machen wir nochmal Spiele. Und weiterschieben. Bisschen Gas. Und hier auch die Steirung hochkommen. Und weiterschieben. Oh, jetzt werden wir langsamer. Ah, jetzt geht's wieder. Weiterschieben. Muss ich wieder ein bisschen Gas wegnehmen, damit ich nicht wieder zu schnell werde. Weiterschieben. Und jetzt gibt's hier wieder... Und weiterschieben. Ah, ich glaube, wir werden wir einfach rollen lassen können. Wir sind ja in Friedrichstraße. Weiterschieben. Guckt euch das mal an, wie das aussieht. Weiterschieben nach Postzimmerplatz. Ja, ja, mach ich doch. Das sieht schon echt seltsam aus, wenn man es so nimmt, ne? Und weiterschieben. So für Fahrgäste, wenn man da so sieht, so ein Zug, der einen schiebt, ist schon interessant, denke ich mal. Richtung Postzimmerplatz. Weiterschieben. Ich lass grad nur rollen. Weiterschieben. Weiter nach Postzimmer. Okay, ich glaube, jetzt sollte ich doch langsamer werden. Weiterschieben. 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 So, ich werd mal langsamer ein bisschen. Perfekt. Ja, jetzt fahren wir wieder gerade. Jetzt kann ich auch so weiterschieben den fahren lassen. Jetzt gibt's gleich wieder eine Steigung nach unten. Da muss ich auch aufpassen. Weiterschieben. Das sieht schon cool aus, wenn man es so nimmt. Aber er sichert da nämlich natürlich alles dunkel. Weiterschieben. Ich versteh nicht, was mir das hier sagen soll. Aber naja. So, wir sehen ja heute auch gare nichts. Also wir sind wirklich nur auf... Und weiterschieben. Wir sind wirklich nur auf ihn angewiesen, dass da was passiert. Weiterschieben. Und Brandenburger Tor. Beziehungsweise unter den Linken. Wir können sich die Fahrgäste hochwertenken. Und weiterschieben. Und weiterschieben. Oh, jetzt wird sie ja noch ein bisschen noch... Kann ich halten? Funktioniert das? Weiterschieben. Nicht wirklich. Und weiterschieben. Weiterschieben. Ich gehe mal hier rüber. Dann sehe ich es. Und weiterschieben. Oh, Geschwindigkeitsvertretung. Weiterschieben. Und weiterschieben. Und weiterschieben. Weiterschieben. Okay, jetzt sehen wir hier auch nichts mehr. Können wir auch wieder rüber gehen. Oh, Notausstieg war hier. Jetzt gibt es eine Steigung nach oben. Jetzt können wir wieder ein bisschen Gas geben. Weiterschieben. Das war ein bisschen zu viel. Äh, aber macht nichts. So, da sind wir gleich am Forstommerplatz. Richter, Forstommerplatz. Weiterschieben. Aber in den Treuboden. Das habe ich auch noch nicht gehört. Und weiterschieben. Naja, die Ginzenbegriffe lernt man wahrscheinlich wirklich, wenn man nur dort ist. Shoot. Wir haben es gleich geschafft. Bahnsteig in Sicht. Jetzt mal weiterschieben bis zur letzten Haartafel. Geht klar. So, jetzt muss ich natürlich mich auf meinen Streckenmonitor hier verlassen. Noch zwei Wagenlängen bis zum Signal. Noch eine. Noch eine halbe. Und halt. So. Ich denke mal, das sollte gut sein, oder? Ja, passt. Ich denke mal, jetzt soll ich wieder abkoppeln, ne? Na ja. So. Zug 2037 für den Fahrdienst Schöneberg. Zug 2037 am Zwischensignal 231 im Potsdamer Platz. Ihr müsst noch etwas vorziehen, damit ihr die Weiche zum Heuboden hinter euch frei macht. Nach dem Trennen geht es weiter für den Panther mit RA12 zurück zum Bahnsteig. Dort setzt du dann als Zug 1542 nach Fronau wieder ein. Aber erstmal, Rangierfahrt in Potsdamer Platz auf Gleis 12 darf ohne RA12 am Zwischensignal 231 vorbeifahren und eine Halbzuglänge vorziehen. Ich wiederhole. Rangierfahrt in Potsdamer Platz auf Gleis 12 darf ohne RA12 am Zwischensignal 231 vorbeifahren und eine Halbzuglänge vorziehen. Richtig. Richtig. In Richtung Heuboden bekommt ihr dann RA12. Ende. Okay. So machen wir das. Ende. Der Kollege vom Wulf, hast du alles mitgehört? Ja, hab ich und bin stark klar. Rangierfahrt in Potsdamer Platz. Schieben. Jo. Ja, aber jetzt ist die Erlaubnis bekommen, noch rüberzufahren. eine Halbzuglänge, also vier Wagons dürfen wir rüberziehen. Also, dass wir die Weiche freimachen, anscheinend. So, reicht das? Ich schätze mal, ne? Abkuppeln? Ne, so, äh, hier kann ich dann erstmal alles, achso, hier, ne, ich muss dann jetzt erstmal den Führerstand wechseln. So. Achso. Ne, ne, passt schon, oder ist okay. So, dann fahren wir jetzt Richtung, hä? Bin ich jetzt falsch? Doch, ich fahr falsch, ne? Wir sollten doch, äh, auf, äh, wartet mal. Ra31 ist, das Signal hier, wenn ich mich nicht täusche, richtig? Richtig, da dürfen wir eine Halbzuglänge vorziehen. Moment, ich gehe nochmal rüber. Hallo? Achso, ja, das feiert ja. So. So, wir dürfen eine Halbzuglänge vorziehen. Heißt quasi, nicht jetzt mehr als zu viel. Hallo, kannst du bitte bremsen? Noch zwei Wagenlängen bis zum Signal. Passt das so? Ich weiß jetzt nicht, was Sache ist. Noch eine. Okay. Noch eine Halbe. Und halt. So, wartet mal. So, rüber. 20 Sekunden später. So, lieber Wolf. Ich habe hier RA12. Es geht gleich los. Du sagst dann bitte, wenn du komplett auf Gleis 455 stehst, okay? Okay, ich sage dir Bescheid, wenn ich komplett auf 455 stehe. Perfekt. So gute Kollegen muss man haben. Wenn der Bremszug den mal ablässt. So, welches Blech ist es jetzt? Ich hoffe, vielleicht ist es 12. Das ist immer noch Gleis 7. Muss ich das jetzt verstehen? Ich verstehe es nicht, aber okay. Ich fahre jetzt einfach. Ach so, nee. Sie meinte ja irgendwie, dass er draufstehen muss und ich irgendwie sowas. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Ja, wenn ich wirklich fahren möchte und sowas, dann muss ich sowas mir natürlich merken. Noch zwei Wagenlängen bis zum Signal, noch eine, noch eine halbe. So, das passt. Kannst du dann anhalten? Erledigt. Steht da wirklich komplett drauf? Na, so ungefähr. Ich warte, bis ich das Signal zum Kuppeln kriege. Okay, danke dir. Ich fahre jetzt erstmal um dich rum und dann jetzt wieder auf die Piste. Das war mal eine gute Zusammenarbeit. Ja, fand ich auch. Ich habe zu danken. Was? Mal sehen, ob ich noch jemanden von der Werkstatt erreiche. Ich entkupple unsere Fuhr gleich. Komm du noch gut rum. Hä, wieso bin ich jetzt? Ja, danke, Ende. Okay. Ja, danke, Ende. Ja, das war jetzt ein vorzeitiges Ende von dem Szenario. Ich verstehe auch nicht, warum ich jetzt entgleist bin. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut gerne beim nächsten Mal vorbei. Ich werde nochmal gucken, was da jetzt war. Irgendwas stimmt da irgendwie nicht. Auf jeden Fall wird es noch ein Szenario bestimmt nochmal geben. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und auch ein Abo. Wenn es noch rot ist, gerne ein Abo da lassen und natürlich die Glocke aktivieren. Und lasst auch gerne einen Kommentar da, falls ihr mir irgendwie sagen wollt, was hier gerade falsch gelaufen ist. Ich habe nämlich keine Ahnung, was hier falsch gelaufen ist. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hau rein. Ciao, ciao.